Die drei Schweizer Meistertitler. Das war ein internationales Junior-C-Turnier der Sitte. Wir haben damals das Final gegen Lugano verloren. Als Sieger konnte er auf Bilbao gehen. Das war meine erste Station in Japan, in Nagano. Eine total andere Kultur, ein komplett anderes Leben. Das war eine radikale Veränderung. Das ist ohne Zweifel der Sieg gegen Spanien in der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Die Schweiz hat vor Spanien noch nie geschlagen und das noch ein Walliser, der das Goal gemacht hat. Schon nur, dass man seine Leidenschaft dort zum Beruf machen und zur Notze kehrt, ist ein Privileg. Für mich gibt es da keine Schlachterinnerung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Alle sind gut in die Schütter. Es gibt jüngere und ältere Kandidaten. Der Fussball hat sich immer weiterentwickelt. Ich denke, dass sie das sehr gut machen werden. Ich sage nochmal, Chelsea Fernandes ist ein guter Freund und er geht immer alles auf dem Platz. Ich sage nochmal, Chelsea Fernandes ist ein guter Freund und er geht immer alles auf dem Platz.